Hallo und herzlich willkommen hier bei Krolop und Gerst. Heute geht es um eine Kleinigkeit, die aber große Wirkung haben kann für alle diejenigen, die mit modernen, relativ aktuellen Aufstiegblitzen arbeiten. Es geht um das, was das hier ersetzt. Also ein ganz einfaches, relativ günstiges Mittel, um Aufstiegblitze mit dem Bowens-Bajonett an Softboxen, an Schirme, an irgendwelche Reflektoren oder Beauty-Dishes zu bringen. Und ich bin ja ein großer Fan von Aufstiegblitzen und ja, Aufstiegblitze bringen es aber eigentlich meiner Meinung nach nur, wenn man sie richtig schön lichtformt. Und jetzt hatte ich eben ein Problem. Ich habe ja neuerdings fast nur noch die Godox V1 im Einsatz. Einfach weil dieser Blitz meiner Meinung nach das Nonplusultra ist, was es aktuell für kleines Budget auch gibt. Diese Blitze haben ja diesen runden Aufsatz. Dieser runde Aufsatz, der macht ein Problem. Nämlich bei den bisherigen Brackets, das geht nicht durch. Also egal, wie ich es aufschraube, ich muss es jetzt hier nicht machen, es passt nicht. Diese Dinger sind eben für die eckigen, klassischen Blitze gedacht und nicht für die neuen Runden. Und deswegen gibt es jetzt ein Godox-Bracket, was für den Godox gemacht ist. Und auch hier hat man erstmal das Problem. Allerdings kann man hier beim Godox-Bracket diese Innereien rausnehmen und kann sich dann verschiedene Lagen reinsetzen. Ja, Vorführeffekt. Normalerweise macht man das auch nicht dauernd im Wechsel. Aber hier bei mir wäre es jetzt, ich bräuchte bloß den Rundeinsatz und könnte dann zack, zack, zack den Blitz hier festschrauben und richtig schön damit arbeiten. Das ist jetzt neu und für alle diejenigen, die die gleichen Probleme die letzten Wochen hatten wie ich, nämlich dass das nicht funktioniert hat mit dem Blitz, ist jetzt endlich eine Lösung in Sicht. Und übrigens auch für diejenigen, die aktuell keinen runden Blitz haben, der Profoto zählt übrigens auch dazu, der passt ja auch rein, für die ist es trotzdem eine Überlegung wert, denn das hier ist deutlich besser verbaut als das. Das kommt, glaube ich, von Newer, das habe ich bei Amazon gekauft. Das hatte immer ein Problem, dass gerade bei den großen Softboxen der Halter so ganz leicht so nach unten geht. Der hier ist in der Mitte sehr viel besser verbaut. Man sieht schon an der Bauart, man kann hier weiterhin den Griff sozusagen in die jeweilige richtige Position bringen, damit er nicht hier vorne interferiert mit der Box. Aber es ist einfach sehr viel, sehr viel durchdachter. Zum Beispiel kann man jetzt auch, ja, das Bracket andersrum hin machen und kann dann mit anderen Bolzen arbeiten. Also es ist einfach sehr, sehr, sehr viel durchdachter, sehr viel professioneller und meiner Meinung nach auch deutlich qualitativer geworden von der Verarbeitungsqualität. Das war schon, kleiner Tipp. Also V1 mit dem Godox Bracket ist wirklich, also jetzt werde ich sentimental, hätten wir das vor vielen Jahren schon gehabt, was hätten wir für tolle Blitzfotos machen können. Das Winkel. Bis zum nächsten Mal.